Ich bin ja momentan froh, wenn ich will, geht es da links. Ich filme jetzt. Was? Ich filme. Auf dem Eiderringkanal, kurz vor Westensee, am 9.11. 2019, oder wann? 8.11. 8.11. Wir steuern stramm auf die Büsche zu hier. Boah, Marion, du musst noch ein bisschen Kurs halten. Eieieiei. Hoffentlich überleben wir das. Da, ein Blau Vogel, ein Eisvogel. Oh, geil. Machen wir weiter. Oh, wenn ich glück habe, habe ich den sogar auf dem Film hier. Der war auch schön. Ja. Dick. Links. Links. Boah. Oh, ja. Ja, ja. Ja, ja. War das eben wieder? Ne, ne? Da! Wo? Da! Da! Sind das mehrere? Ne, das war keine. Achso. Ja. Der müsste doch noch in den Baum lassen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Vielen Dank. Stop. Soll ich wieder? Ja, ich kann ja auch aufhören. Vielen Dank. Vielen Dank.